Hallo, ich habe mal wieder einen kleinen Haul für euch und zwar war ich im Einkaufscenter gewesen. Da war ich in ein paar Läden und habe mir ein paar Sachen gekauft und die wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten und gleich mal zeigen. Nicht wundern, das ist heute das zweite Video am einen Tag, deswegen habe ich noch dieselben Sachen an, dasselbe Make-up und genau, hatte jetzt keine Lust mich extra nochmal umzuziehen oder so. Ja, da fange ich auch mal wieder gleich an und zwar war ich bei New Yorker gewesen und ich hatte ja heute total Lust irgendwie so Frühlings-Sachen zu kaufen und bin irgendwie die ganze Zeit so bei Grün hängen geblieben und da habe ich mir dieses Basic-Shirt hier, so ein Langarm-Shirt. Genau, also ein ganz normales Langarm-Shirt aus so einem, wie heißt denn das, genau, so einem Rippstoff ist das nämlich, also es ist so elastisch. Und seht ihr das? Die Farbe, das ist so ein richtig schönes Grün und ja, das finde ich richtig toll, das kann man jetzt halt auch noch anziehen, weil es ja langarm ist, aber es leuchtet schon so ein bisschen den Frühling ein und deswegen finde ich das total schön. Und das ist aus der Fishbone-Sister-Kollektion, das ist jetzt wohl irgendwie was Neues und das kostet 12,95 Euro. Und hier vorne bei den Knöpfen, weiß nicht, ob man das so sieht, da ist hier nämlich auch so ein Glitzerknopf und ja, das finde ich eigentlich sehr süß, da habe ich mich auch sehr gefreut drüber. Ja, dann mal gucken, was ich hier noch so schönes habe. Ach ja, da war ich noch bei H&M drin gewesen und da habe ich mir zwei Hosen gekauft, die waren nämlich ein Angebot. Die habe ich nämlich schon in Dunkelbraun, so sieht die aus. So eine beige Hose, also eine ganz normale lange Hose aus Stoff und das Besondere an der Hose ist, die macht man nicht irgendwie hier vorne auf oder zu, sondern an der Seite hat die hier so einen Reißverschluss. Und deswegen, die hat auch hinten keine Taschen und dann macht die auch einen ganz schönen Po und ja, die finde ich super, weil die habe ich auch schon in einer anderen Farbe und die war gerade im Angebot und hat nur 5 Euro gekostet. Und dann habe ich mir dieselbe Hose nochmal geholt, weil ich ja irgendwie gerade total auf Dunkelblau oder so Royalblau abfahre, habe ich mir dann die Hose nochmal in der Farbe geholt, so wie mein Oberteil. Ja, und die hat natürlich auch 5 Euro gekostet und das fand ich richtig, richtig cool. So, dann... Achso, dann habe ich mir noch Unterwäsche gekauft bei H&M, die zeige ich euch jetzt aber nicht. Und weiter geht's. Dann war ich nämlich noch bei Deichmann gewesen, aber nicht, weil ich Schuhe brauchte, sondern ich wollte nämlich unbedingt eine Frühlingstasche haben und ich finde bei Deichmann, da haben sie immer richtig schöne Taschen, die auch also sehr preiswert sind. Und da habe ich mir die hier geholt und die finde ich total süß. Ich kann die Farbe nicht beschreiben, weil eigentlich ist es ja so fast mintgrün, aber irgendwie mit so einem Blaustich drinnen. Und ja, ich weiß auch nicht, vielleicht wisst ihr, was das für eine Farbe ist. Dann hat die hier oben so einen ganz normalen kleinen Henkel, dass man sie so in der Hand tragen kann oder über der Schulter. Und dann, was ich auch noch gut fand, dass hier dann auch noch so eine lange Schnur dabei war, dass man sie ganz normal ein bisschen halt über der Schulter so tragen kann. Oder man kann es halt auch abmachen, wenn man es nicht will. Ja, und von innen ist sie so gestreift. Finde ich ganz gut. Ja, ganz einfach gehalten mit zwei kleinen Taschen und eine Tasche mit Reißverschluss. Und außen hat sie keine Tasche. Die finde ich total schön. Ja, weiß und mintgrün. Und die passt auch so gut zum Frühling. Und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, dass ich jetzt eine Frühlingstasche habe. Und die hat gekostet, jetzt haben sie hier den Preis abgerissen, aber ich glaube irgendwie 14,95. Also total günstig. Und ach, da war ich noch bei Thalia gewesen. Hier. Ich habe nämlich noch ganz viele Gutscheine von Weihnachten übrig, weil ich ja so gerne lese. Und da habe ich mir dann dieses Buchi gekauft von Ellie Condi. Die Ankunft heißt es von Kassir, äh Kassir und Kylie Ankunft. Das ist nämlich, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie, wenn ich bei Thalia bin, dann werde ich immer gleich zu den Jugendbüchern angezogen. Weil, ach, ich habe dann irgendwann mal angefangen so, ja, mit Harry Potter und dann Twilight gelesen. Tribute von Panem. Und ja, und irgendwie bin ich da mal hängen geblieben in der Ecke, weil ich finde immer die Geschichten irgendwie so schön. Und das ist halt eine schöne Abendlektüre. Also nicht so, dass man sich irgendwie so zu sehr anstrengen muss oder so. Und das ist jetzt der dritte Teil. Die anderen beiden Bände habe ich schon. Das ist der dritte und letzte Teil. Das ist nämlich eine Trilogie. Und da geht es darum, dass so ein bisschen zukunftsorientiert, weil ich da mal so eine Phase hatte, dass ich Tribute von Panem total cool fand. Und dann ist es auch so eine Zukunftsgeschichte, dass, ähm, ja, ich weiß nicht in welchen Jahren es spielt, aber es geht halt darum, dass, ähm, in der Zukunft alles bestimmt wird von der Regierung. Wen man lieben darf, was für einen Job man hat. Also man darf nicht selber mehr entscheiden, sondern es wird alles vorherbestimmt. Und dann ist da dieser, ähm, Kassier und die, äh, wehrt sich dann halt ein bisschen dagegen. Die verliebt sich dann in jemanden anderen und möchte halt alles dafür tun, um mit denen zusammenzukommen, obwohl sie es ja eigentlich nicht darf, weil es anders vorgeschrieben ist, ja. Und darum geht es dann halt um die Liebesgeschichte, wie die beiden dann irgendwie das System, äh, besiegen und zueinander finden können. Also falls ihr auch auf so einen, äh, ja, Fantasy, Kitsch, äh, Liebesroman steht, dann könnt ihr euch die auf jeden Fall holen. Die sind richtig gut, die kann ich empfehlen, die Bücher. Ja, da freue ich mich auch, dass ich das für mich bald lesen kann. Ach, das sehe ich gerade. Da hat sie mir ja bei Talia noch was eingepackt. Und die kleinen Bonbons sind da noch in der Tüte drin. Ja, das finde ich ja süß. So, dann kommen wir eigentlich auch schon zu dem Letzt. Ne, gar nicht, ist da noch was. Ähm, da war ich nämlich noch bei Bodycheck. Ja, da habe ich mir dann auch im Grün, weil ich ja heute so grün fixiert war, ähm, dieses T-Shirt hier geholt. Das ist nämlich von Hilfiger Denim. Da steht drauf, Hilfiger New York City. Und das finde ich total süß, weil es so eine schöne Farbe hat und so einen schönen Ausschnitt. Und ja, ist auch ein schöner Stoff. Und das hat gekostet, ähm, 29,99. Finde ich ganz schön, ähm, teuer für ein T-Shirt. Aber da muss ich sagen, also hätte mir mein Freund das mir nicht bezahlt, dann hätte ich es mir auch nicht geholt. Also da bin ich echt dankbar, dass er mir das bezahlt hat. Ja, ach so. So, ähm, dann war ich nur kurz bei Kiko gewesen, weil ich hatte dann meinen Freund dabei. Und da wollte ich ihm das jetzt auch nicht antun, dass ich da jetzt total rumkram und rumwühle und alles ausprobiere. Und da habe ich mir ein Eyeshadow geholt. Colors 4 Eyeshadow. So sieht der aus. Und der ist nämlich auch in grün. Dachte ich so, passend zu meinem grünen Flash heute. Ähm, der sieht nämlich so hier aus. Das ist die Nummer 23. Und mal gucken, ob man ihn erkennen kann, wenn ich ihn euch hier zeige. Also, ja, der schimmert nämlich so richtig doll grün. Und wenn man bei Kiko ist, dann ist es ja sowieso noch ganz anders. Da ist ja die Beleuchtung so krass, dass das alles sowieso immer total glistert und schimmert. Und ich mag aber genau diese Eyeshadows von Kiko total gerne, weil die halten so lange, also ich glaube, die halten ein ganzes Leben lang, also von der Menge her. Und auch auf dem Auge halten sie auch sehr lange. Also die kann ich empfehlen. Die sind wirklich super. Und ja, ach so, was hat denn der gekostet? Ich glaube, um die 6 Euro. Genau. Ja, dann war es das auch schon. Es war ja nur ein Mini-Haul. Ein kleines Geständnis muss ich euch noch machen. Ich war nämlich ganz kurz bei DM drin. Aber wirklich nur kurz. Ja, ich habe mich so zusammengerissen. Ich habe alles andere ausgeblendet und bin nur dahin gegangen, was ich auch wirklich brauchte. Und zwar hatte ich mir noch in meinem letzten DM-Haul diesen Augen-Make-up-Entferner von Alverde geholt. Und der ist ja richtig... Schiete. Also, den kann ich eigentlich auch gleich in eine Tonne kloppen. Also, wenn ich mal ein Flop-Video mache, dann ist der auf jeden Fall dabei, weil dann kann ich auch, ach keine Ahnung, dann kann ich auch ganz normale Creme nehmen und mir die Augen abwischen. Dann bleibt genau so viel dran. Deswegen habe ich mir jetzt den hier geholt von Maybelline Yade. Waterproof Spezial Entfernen, schnellen, sanft, wasserfestes Augen-Make-up. Und das sind so eine zwei Phasen. Blaue Phase mit Express-Wirkung und klare Phase zur sanften Erfrischung. Und den probiere ich heute mal aus. Ich hoffe, dass der wenigstens gut ist. Und, ja, genau. Das war es auch schon. Es war mal ein kleiner Mini-Haul, so. Mischmasch-Haul. Und, ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder ein bisschen gefallen. Und, ja, wie gesagt, wir sehen uns. Ich freue mich ganz doll, dass ich schon so viele Abonnenten habe. Und ich freue mich immer, dass ihr so süße Sachen schreibt. Also, ich finde das so toll, dass ich immer so ein richtig nettes Feedback bekomme. Es gibt einen, also, dann macht es einem nämlich noch mehr Spaß. Und am liebsten würde ich jeden Tag Videos machen. Aber jetzt müsst ihr erst mal wieder ein bisschen warten, weil am Montag beginnt bei mir schon wieder die Arbeit. Und dann kann ich natürlich nicht mehr so viele Videos machen. Und, ja, dann sage ich jetzt auch mal ein Tschüss. Schönes Wochenende noch zu euch. Oder Restwochenende. Und wir sehen uns bald wieder. Tschüssi! 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 Tschüssi!